München. Sie haben sich lange nicht gesehen und viel zu erzählen. Die Reality-Stars und Best-Buddies Yassin und Paco. Eben noch beim Friseur geht's jetzt an die Fassadengestaltung. Oder kurz umziehen. Schleppst du mich jetzt in dein Hotel ab? Auch das? Paco und ich haben uns kennengelernt bei Kampf der Reality-Stars. Vor, jetzt sind's dann fast zwei Jahren auf Thailand. War unfassbar cool. Geiles Format, super Zeit gehabt. Von Action, Trinken, Gefühle, Emotionen, alles dabei gewesen. Da sind wir echt aneinandergeschweißt. Da hat sich so eine Freundschaft entwickelt. Und ich glaub nicht mal zwei Wochen später haben wir uns auch direkt getroffen. Haben auch Urlaub gemacht und so. So, mein Freund. Pass auf, verlauf dich nicht, ne? Alter, also du hast dich aber auch nicht lumpen lassen, ne? Nein, nein, um Gottes Willen. Guck dir das an, das Reich. Alter Schede. Was sagst du dazu? Ja, geil, ich würd... Nee, 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 um Gottes Willen. Du nimmst dir bitte den Stuhl. Unfassbar krass. Du weißt doch, ich bin ein eitler Typ. Ich sag dir eine Sache. Jetzt aufs Festival, ich hab mit Prinzessin ein Ding an. Wegen dir bin ich jetzt nicht mehr nach Hause gefahren. Ich kann so nicht rausgehen. Erstens ist arschkalt, zweitens hab ich eine Prinzessin. Das nehmen wir nicht mit. Guck mal, du setzt dich jetzt wieder dahin, denn ich hab eine Überraschung für dich, Junge. Meinst du, ich lass dich so rumlaufen? Um Gottes Willen. Meinst du, ich komm nach München ohne Überraschung? Was hast du denn da schon? Komm Junge, warte, lass mich mal gucken für dich. Ich dachte mir mal, das hast du verdient. Hast du für ein Hoodie mitgenommen? Junge, ich hab dir ein Hoodie gekauft, bist du verrückt oder was? Hast du reingeschwitzt? Ich hab dir den gekauft, der ist niegelnagelneu. Fahrst du mit? Nee. Weil du weißt, dass ich immer Klamotten schnurre. Weil du weißt, immer am Schnurren. Das ist nicht das erste kleine Stück, was du mir schenkst. Von dem her ist für mich auch nichts mehr Besonderes. Ich hab den, ich glaub, seinen Koffer damals auf Thailand hab ich komplett auseinandergenommen. Hey, kannst du mir ein T-Shirt leihen? Kannst du mir vielleicht zwischendurch, wenn ich mal bei dir war? Kannst du mir noch mal ein T-Shirt leihen? Also, der folgender Plan ist einfach. Du ziehst den jetzt an, wir machen uns ready. Ich brauche nicht viel ready machen, ich bin ready. Du bist ready? Ja, was willst du denn sagen? Ja, okay, pass auf, ich muss mich kurz ready machen, bisschen fresh. Und dann gehen wir auf das Festival. Und dann machen wir richtig Attacke heute. Boah, Junge. Ja, oder? Kann man machen? Zieh mal an. Ich denke, der Yassin, der wird mich heute Abend einfach leiden. Ich meine, ich hab das heute alles irgendwie in die Wege geleitet, ne? Veranstaltung, bla bla. Stopp, meine Idee war, dass wir heute ganz chillig essen gehen, vielleicht zwei Cocktails trinken und damit aufhören. Du kommst mit dem Festival, bla bla bla. Das heißt, du übernimmst heute das Ruder und ich lass mich mal leiten. Ja gut. Ich will ganz bestimmt nicht, dass du mir am Tisch einschläfst. Ja, komm jetzt. So ist das nämlich. Komm jetzt. Ne, um Gottes Willen, ich bin hier wieder in München mit meinem Bro und ich will heute Spaß haben und genau das werden wir heute haben. Ja. Sind da irgendwelche Leute auf diesem Festival, die du kennst? Die wir beide kennen. Sind da irgendwelche Bekanntschaften auf diesem Festival, die wir kennen und die uns zum Verhängnis werden könnten? Das könnte natürlich sein. Echt? Ja, aber ist doch egal. Nur das ist, pass auf, heute einfach wieder Performance. Ja. Sieht aus folgendermaßen? Ja, keine Ahnung. Also erstmal hab ich den Veranstalter da geschrieben. Ja. So, der lässt uns da Backstage rein. Ja. Ja und dann direkt in die Masse, ne? Alle zur Seite. Okay, gut. Aber wenn irgendjemand kommt mit, ey wir haben die Rechnung offen und du hast noch irgendwas ba 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 ba. Einfach auf Durchzug. Was? Nein, nein. Wir machen unser Ding. Okay, gut. Aber kann sein, dass wir heute so ein, zwei begegnen, die wir auch mögen. Okay, alles klar. Ja? Dann mach dich fertig. Ja. Zack, zack. Zwei Broodys in Good Moody's. Party Time. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir uns ready gemacht. Erst der Fahrstuhl, dann das Taxi. Große Jungsgespräche vom Allerfeinsten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich bin mal gespannt, wenn wir gleich auftauchen, wen wir da alle so treffen werden. Ich hab ein bisschen Angst vor. Meinst du, du musst ein paar Bilder machen? Ich glaub schon, ne? Ich sag mal bei 300.000, 350.000 Follower. Weiß aber schon, wie viel das ist. Ja, aber ich glaub das ist nicht so die Rubrik, die mich kennen. Das ist Deutschrap. Da sind Leute, die Deutschrap feiern. Ich glaub nicht. Also da, wo wir jetzt gerade hinfahren, da haben wir zwei sichere Namen. Und das ist einmal die Sandra. Woher kennst du die? I had one. Woher kennst du sie? Aus Köln. So. Und dann haben wir noch den Tobi. Mit dem war ich bei Ex on the Beach. Mit dem versteh ich mich super. Genau. Aber ich glaub mit der Sandra verstehst du sie auch so gut. Ja. Sie ist eine coole Sau. Ja? War ja mit dem Tobi zusammen, ja. Ja? Kennst du ja auch. Ja, kenn ich. Hast du noch ein, zwei Worte für die Sandra? Mein Freund, wenn du versuchst. Man sagt ja immer, wer in eine Grube gräbt, fällt selbst die da. Was war denn mit der Sandra? Kennst du die? Hattet ihr Sex? Oh Gott. Weil ich meine nur so Fragen da. Nee. Gut. Okay. Gibt's da sonst noch ein paar Kandidaten? Nee, pass auf. Ich hatte mit Sandra keinen Sex. Gibt's sonst noch Leute, auf die du treffen könntest, wo du sagst, ey, boah, scheiße, da ist noch irgendwas offen. Na richtig. Ihr erwartet noch eine Entschuldigung oder sowas. Nein. Nein, nein, nein. Was irgendwie klingt wie ja, ja, ja. Tschüss. Freust du dich hier aufs Festival? Ja. Ja? Ja. Freust du dich? Hör mal ein bisschen Gangster-Rap. Ja, ich frag das nicht. Und wer ist cooler als du? Und ich hab das fette Start und den krassesten Namen geben. Und ich fahr die fetteste Karriere im Dorf. Also wer hört Deutschrap? Jetzt mal im Ernst. Was? Wer hört Deutschrap? Jetzt mal ganz im Ernst. Er. Definitiv. So. Abfahrt. Yasin und Paco. Buddies, Brudies, beste Freunde. Zwei, die sich blind verstehen. Die Reality-Stars wollen heute eigentlich feiern gehen. Schließlich haben sie sich monatelang nicht gesehen. Ihr Ziel? Ein Deutschrap-Festival. Doch die Aussichten sind düster. Nicht nur wegen der späten Stunde. Hier fehlt es an allem. Ganz normaler Samstag würde ich nicht behaupten. Eigentlich ist es ein bisschen mehr los hier. Ist ein bisschen traurig, aber wir machen heute das Beste draus. Na, ich würde sagen, ey Paco, du warst ja der Typ, der gesagt hat, ey, Yasin, ich nehme dich hier mit. Und das haben wir davon. Genau sowas. Das haben wir davon. Jetzt sind wir auf einer Party. Jetzt gehen wir richtig Gas. Und wer ist dabei? RTL 2. Du darfst einmal mit zuschauen, oder? Richtig. Einmal gönnen wir euch das. Einmal mitkommen. So, jetzt machen wir Party. Okay, wir bleiben dran. Schließlich ist RTL 2 immer dabei. Ja, der musste sein. Paco und Yasin nehmen ein gepflegtes Bad in der Menge. Yasin holt sich zwar kleine Ego-Streicheleinheiten, hilft aber nix. Der macht der Junge hier auch cool. Lädt mich zu einem Hip-Hop-Festival ein. Sagt, ey, hier wird's voll abgehen. Kann man einmal diesen Kühlschrank filmen oder sonstiges? Nichts. Paco, geile Überraschung. Einfach mal gute Musik. Doch auch die Mucke reißt den Abend nicht mehr raus. Weg hier ist alles, was Yasin will. Ich weiß nicht, das ist auch eine zu viel, ey. Machen wir. Simsalabim. Paco gibt Yasin einen Korb. So, ich hab gerettet, ich hab gerettet. Ja, so. So, natürlich. So, Spuss. Cheers. Zicke, 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 zicke. Hey, hey. Hip-Hop-Festival mit leeren Kühlschränken. Was hältst du davon? Bei Hand aufs Herz. Wolltest du mir eine Falle stellen? Seid mal ehrlich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist eine offizielle Entschuldigung. Kannst du erst da reinsagen? Es tut mir leid, dass die Kühlschränke nicht gefüllt sind. Das tut mir leid. Hey, pass auf Paco. Ich bin die Entschuldigung an. Das nächste Mal machen wir wieder meinen Plan, okay? So. Der Krampf der Reality-Stars geht in die letzte Runde. Yassin sprich, kleines Fazit. Wir hören. Yassin? Ja, es ist im Endeffekt. Ich glaub, Paco, er hat sich stets Mühe gegeben. Man sagt es ja so in der Schule, glaub ich, stets Mühe gegeben. Ob er es verkackt hat, ich würde sagen, ja. Ich wollte dir einfach nur einen geilen Abend machen. Hast du gemacht? Hab ich gemacht. Ich hab's gerade eben schon gesagt. Er war stets bemüht. Aber unsere Freundschaft wird nicht drunter leiden. Ich bin dein Bruder fürs Bein, Bruder. Aber das... Lass mich das nächste Mal wieder in die Hand nehmen, okay? Ist okay? Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten uns so einen privaten Einblick... Ich mach jetzt Party, Abbruch, fertig aus. Feiert! So! So! So!